So, wir haben so eine Ecke gefunden von Steinpilzen. Jetzt muss die Jacke herhalten, weil wir unseren Korb voll haben und wir machen schon häufig im Prinzip. Jetzt muss meine Jacke dran glauben. Scheiße, ausfrieren. Steinpilze sind wichtig. Warte, ich schmeiß rein. Warte, ich zeig sie von euch von unten. Da fällt nichts mehr raus. Alles zu ich. So, schmeiß rein. So, rein. Attacke. Da muss auch noch welche rein. Kannst du gleich hinstellen an die Ding. So, stell mal hin. Halt mal hoch so. So, das ist jetzt eine neu modernisierte Steinpilzjacke. So, warte geht's. So, das ist der Fangarm des Steinpilzes.